Der Tag der offenen Tür im Tierheim Albert Schweitzer war ein großer Publikumsmagnet. Zahlreiche Tierfreunde reisten ins Münzbach-Tal, um sich über die Arbeiten des Tierheims zu informieren. Neben den Tierheimrundgängen und dem Entdecken der neuen Zwingeranlage gab es Vorführungen mit Hundetrainer Heiko Scharf sowie eine kleine Tierschau der Tierheim Tiere. Dabei lernten die Gäste die Tiere des Tierheims kennen und konnten eine Unterstützung als Tierpflegepate übernehmen. Das ist natürlich auch nach dem Tag der offenen Tür möglich. Zahlreiche Tiere riefen Begeisterung bei den Gästen hervor. Eine Vermittlung erfolgt jedoch ausschließlich über ein persönliches Gespräch.